Hallo, hallo, ich bin FlashDWP und begrüße euch, Zuschauer von Hulkamania und dich natürlich auch, Hulkamania. Ja, ich bewerte mich jetzt zu dieser Promotion, ich hoffe, es gefällt euch, ich erstelle mir jetzt eine neue Welt, um nicht zu spoilern und euch einfach mal hineinzuführen in die Welt meiner Let's Plays, wie ich so drauf bin. Und was ich so mache, ich nenne die Welt einfach mal World, einfach mal so. Ähm, ich hoffe, wir kriegen mal was Gutes hier. Ähm, ja. Gut, ich lasse es mal kurz aufbauen. So, okay, wir sind hier wohl auf einer flachen Ebene. Ähm, ja, ich erzähl mal was zu mir. Ich bin halt FlashDWP, heiße ihn echt René, bin Andi 15 Jahre alt, also Ende 14 bin ich gerade. Ähm, ja, äh, ich, ähm, ähm, blöd, mach Let's Plays schon seit einem Monat, ich glaub schon, ja. Ähm, ja, ich rendere meine Videos in 27p und brauche zwei Stunden fürs Uploaden, das ist natürlich sehr, äh, ungut. Sag ich mal. Also, naja, aber ich nehme mir die Zeit, um mir, also ich nehme mir die Zeit, um die Videos hochzuladen, weil, halt, YouTube macht mir Spaß. Äh, das kann man sich erklären. Also, im Moment mache ich gerade Sniper Elite V2 und Minecraft Together mit Tom und It's Better Together. Aber, wenn ihr das seht, weiß ich nicht, ob das schon abgeschlossen ist, weil das ist nur noch drei Parts lang. Ähm, ja. Also, ich hoffe, das wird auch genommen, hier, das, äh, Vorstellungssitzplay. Äh. Und. Ich werde auch manchmal eingemerkt, dass meine Stimme wohl nicht so toll ist für mein Alter. Also, ich meine, jetzt von der Tiefe her finde ich natürlich doof, aber sowas zu hören finde ich auch doof, weil, wenn man das am Tag ungefähr zehnmal hört, ist es auch ziemlich scheiße, wenn man's, äh, weil das richtig auf den Sack geht, sag ich mal. Ja, ähm, Minecraft, naja, Minecraft hab ich jetzt genommen, weil mir nichts anderes zugestanden ist, weil Sniper Elite kann ich schlecht nehmen, weil das spoilert ohne Ende, haha, weil ja schon ein paar Parts draußen sind. Ähm, ja, so, was kann ich noch so erzählen? Na ja, also am Tag nehme ich so ungefähr eine Stunde auf, manchmal auch gar nicht, wegen Schule und so, aber jetzt ist ja langes Wochenende, hab ich ein bisschen Zeit. Ich glaub, das reicht vom Holz her, äh, einfach mal verarbeiten, so, ähm, wo war ich, wo war ich, äh, äh, achja, ich, ich hab zwar nicht immer Zeit, aber ich nimm, wenn ich Zeit hab, eigentlich immer auf, äh, viele Projekte werden auch noch kommen, wie zum Beispiel, ja, als Beuleich dann wieder, ne, ich sag einfach mal, es kommen noch viele Projekte. Also, äh, zwei hab ich auch schon komplett aufgenommen, die muss ich nur noch hochladen, aber das war ich erst, wenn halt Zeit dazu da ist und keine anderen Let's Plays mehr laufen. Nee, warte, ich mach das erst mal, ich mach das mal anders, nee, das können wir ja mal lassen, ich mach mir jetzt erst mal nur Workbench. So, die sind ja natürlich wichtig. Oh, gleich ein Schiffman gekriegt, so, stellen wir dir einfach mal da hin. So, manchmal erst mal ein paar Sticks. Muss. Ähm, ja, das ist ein, das eine Brett hier, oh, ganz alleine. Ähm, ich mach mir jetzt erst mal ein paar Werkzeuge hier, ist ja klar, jeder kennt den Anfang von Minecraft. Nichts Besonderes eigentlich, weil es jeder schon kennt, aber ich mir, ich konnte jetzt nichts anderes machen. So, eine Schaufel. Also, ich mach jetzt hier einfach nur 15 Minuten rumgelabert, rumgezocke und, ja, mehr kann ich ja auch nicht machen. Ich kann ja jetzt nicht an, äh, an ihn hier ungefähr 30 Part schicken, das geht ja auch nicht, ne? Äh, äh, was fehlt mir denn jetzt noch? Iron Schwert. Ich kann nicht nur so dumm sein. So. Oder eher gesagt, ein Knüppel. Also, ich benutze hier das, ähm, Texte-Pack von Honeyball-LP, LP, 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 ähm, das, äh, meine Kraft heißt es ja. Ja, ähm, ich benutze die Minimap als Mod und natürlich hier, äh, wie heißt der Mod nochmal hier, der Sound-Mod hier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Ähm, so, frachten wir immer alles hier aus dem Boden aus, um uns mal ein kleines Häuschen zu bauen. Das muss ja natürlich auch mal sein. Ich weiß ja sowieso nicht, was ich sonst hier machen soll. So. Oh, wir haben erst fünf Minuten gelabert. Oh, 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 oh. Und ich hab eigentlich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Naja, ich kann ja auch mal sagen, wie ich auf das Promote-Video gekommen bin. Ja, ähm, ich hab schon viel davon gehört, aber irgendwie hat's keiner wirklich gemacht. Ich wurde ein paar Mal angefragt, aber es wurde einfach nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Bin ich vielleicht so schlecht oder was? Ne, keine Ahnung. Die haben einfach ihren Kanal gelöscht und so weiter. Habe ich einfach mal gegoogelt und bin auf das Video gestoßen. Jo. Ich hab einfach mal gedacht, wie kannst du das machen, dass du nicht Spoilers und gut rüberkommst. Oh, ähm, ja. Das hab ich mir einfach ausgedacht. Nimmst du einfach Minecraft. Das ist ja eh die einsatzste Möglichkeit, die du hast. Äh, ja. Ich mach mal ein paar mehr schaufeln. So. Ich hoffe, ich bin für euch sympathisch und ich bin eigentlich auch ein lustiger Typ, so. Außer wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ha, schlechte Kritik kann man nicht sagen. Also, da bin ich eigentlich sehr gut bei Sache, aber wenn man beleidigt wird, ne, das, boah, das geht, da könnte ich so schreien. Ich hasse das so hammerhart. Und ist einfach so, eigentlich bin ich ein netter Typ. Also, was heißt eigentlich, ich bin ein netter Typ. Äh, ja. Mach eigentlich auch viel für die Schule. Ja, ja, kleiner Strebi und so. Ne, eigentlich nicht. Aber mir macht auch das Let's Plane Spaß. Das mach ich jetzt schon sehr, sehr lange jetzt. Ehrlich gesagt, sehr, sehr lange. Nur ich wurde ein paar Mal gesperrt, weil früher ich mich noch nicht so gut damit ausgekannt hab. Und, äh, hab Copyright-Verletzungen und sowas gekriegt, wegen irgendwelcher Charts im Hintergrund. Auch ziemlich dämlich, ich weiß. Äh, oh, wir haben keine Holz, kein Holz mehr. Das ist natürlich blöde jetzt. Ich würde sagen, holen wir noch ein bisschen mehr. Ähm, naja, ich bin schon wieder voran verloren. Was wollte ich sagen? Äh, mir fällt's nicht mehr ein. Super. Naja, wie gesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade gesagt hab. Äh, vielleicht fällt's mir gleich wieder ein. So, wir bauen jetzt erstmal hier ein bisschen Holz ab wieder. Weil wir natürlich wieder alles verballert haben. Muss sein. Äh, ich bin manchmal sehr vergesslich. Ich weiß, ich kann mir irgendwie nicht so Sachen merken. Wenn ich irgendwas erzähle und dann wieder was anderes erzähle, dann hab ich das, was ich davor erzählt hab, schon wieder vergessen. Sehr komplizierter Satz, ich weiß. Äh, so. Äh, okay. Äh, Mensch. Was ist das denn für ein großer Baum? Naja. Ich hab jetzt im Moment leider nur... 67 Abonnenten oder so. Obwohl es ja auch schon viele sind. Ah, ja, 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 ja. Jetzt weiß ich wieder, was ich gerade gesagt hab. Äh. Aber... Ja, was hab ich schon wieder vergessen? Ja, wie gesagt, vergiss ich, der Typ und so. Nein, aber ich hab jetzt im Moment leider nur 67 Abonnenten, obwohl es ja eigentlich viele sind. Ja. Aber vorher wurde ich ja auch gesperrt. Weil ich Copyright-Verletzung gekriegt hab. Und, äh, ich eine sehr hohe Stimme hatte noch. Also eine sehr, sehr hohe. Und dadurch immer geflamed wurde. Und da hatte ich auch keinen Bock mehr drauf. Dann hab ich einfach mal einen Kanal gelöscht. Aber jetzt so ein Jahr danach fang ich jetzt mal wieder richtig an. Und, ja. Äh. Ich glaub, das müsste jetzt genug Holz sein, oder? Ja, 27. Okay. So. Hä? Ein Apfel? Auf meinen Kopf gefallen. Das ist doch sehr nett. Können wir doch gleich mal... Lohnt sich gar nicht, den Netz zu essen. Okay. Bauen wir mal unser Häuschen weiter hier. Und... Was eine schöne Sonne. Gut. Und dann brauche ich auch noch mein Blümchen mit so. Muss ja auch mal sein. Bäm, 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 bäm. So. Äh. Also, ich kann ja auch mal ein bisschen beantworten, was ich so gerne spiele. Minecraft, natürlich, ne. Sonst würde ich das hier grad nicht machen. Ähm. Ich spiele auch gerne Battlefield 3 und, äh, Call of Duty. Nur nicht Monover of War 3, weil das ist scheiße. Das sind meine Meinungen. Ähm. Black Ops 2 wird auch vielleicht wieder kagga. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Äh. Was spiele ich sonst noch gern? Hm. League of Legends spiele ich gerne. Da bin ich auch sehr weit eigentlich. Ich bin höchster Level und... Ranking und so. Aber ich hab auch ein Spiel auf dem Kanal. Das ist mein erstes Video. Und... Ich seh grad, es wird grad dunkel. Und kein Schaf in Sicht. Nur eine Crew. Naja. Können wir uns wohl kein Bit machen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Denn wir haben ja hier... Unser Holz. Können wir uns einfach mal so ein kleines Häuschen bauen. Oder auch... Ah, doch. Wir haben noch Holz. Zwar nicht mehr viel, aber wir haben noch Holz. Ähm. So. Zack, zack. Hä. Bam. So. Ich kann euch ausfahren. Einfach mal mein Skin zeigen. Das ist mein... Oh, man sieht's nicht richtig. So. Das ist mein Skin. Hallo. Äh. Ziemlich geil. Den hab ich auch auf meinen Background gemacht. So. So sieht der von hinten aus. Mit so... Ein Schwert auf dem Rücken. Ein Fake-Schwert. Okay. Bauen wir einfach schnell das Haus weiter. Weil jetzt gleich kommen die Zombies da ein. Oh, ich hab's nicht... Ich hab schon dieses christliche Gehäus... Gehäus... Geräusch gehört. Ah, ich hab einen trockenen Mund. Ich muss gleich was trinken. Scheiße. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Mist. Machen wir mit Dirt weiter. Dirt. So. Und bam. So. Okay. Gut. Ein sehr tolles Haus. Muss ich schon sagen. Oh mein Gott. 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 Oh oh. Scheiß. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein. Scheiß. Das ist natürlich jetzt sehr doof. Oh. Nein. 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 Das passt sicher gut. Oh, ich muss sagen. Oh, meine Let's Place machen schon Spaß, oder? ja ich bin ja auch der kleine Fehler der immer fehlt das kommt einfach mal so ein creepy ich fall da runter da oben ist schon wieder einer oh oh das ist natürlich sehr nicht schön schon mal sehr nicht schön ein Zombie, ein Skelett okay das sieht grad nicht rosig für uns aus ich würde sagen grab mich einfach mal nach unten oh wir haben noch zwei Minuten knapp das ist nicht viel aber ich versuche jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Stein abzubauen oh wir haben einen Cave gefunden cool mit Sandstein okay das ist aber auch nichts zur Sache hier gehen wir mal schnell hier wieder raus so gut wir haben jetzt was Stein jetzt können wir schnell eine Steinspitzhacke bauen und da habe ich schon mein Ziel erreicht bam 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 yeah so gut äh können wir noch die Decke ausbauen aus Dreck wer ja in ein Dreckshaus wohnen habe ich hier etwas gehört hallo oh oh okay so schnell noch zu hier naja naja ist jetzt nicht das perfekte aber wir haben einfach zu wenig Zeit muss ich sagen ähm und ja ich würde auch sagen jetzt dass ich mich jetzt schon verabschiede weil wir nur noch ein paar Sekunden haben ich hoffe es hat euch gefallen kommt auf meinen Kanal und ähm ja und ich fläscher öppet tschüss und ich fläscher öppet